um ja ich habe es erwartet das freundliche wo man mal hin er die schlinder der leute wenn die hinterher und dann lösen ich habe ein standbild ja es ist ein zwei panzer auf der straße mit sich hinlaufen wo sind die direkt vor und direkt der weg fährt dann ist er massiv macht ihn aber das spiel ist nicht mehr so blau die tried es war blaulassig erstlich jetzt nicht aber ja dunkel halt krieg das ist schön und fliehen für die welt obwohl da mag ich diese karten diese inselkarten cool aber das sind alles dlc scheiße aber das dlc scheiße ist da ein op-boot wo ist ein op-boot ist ein op-boot glaube oder ne das ist ein panzer hallo panzer wo ist der panzer ist er feindlich oh lol natürlich ist er feindlich ja jetzt nicht mehr ich hab ihn kaputt gemacht ist ja ist der panzer jetzt am arsch aber ich habe nicht mehr den kill bekommen oder aber der ist ausgestiegen dann der muss ja irgendwo hier sein ja und läuft da hinter dir ist da oben drauf oben drauf wo ist oben drauf ins wasser rechts an der relung der läuft wieder hoch ich habe ihn gehetten aber ich habe nicht getritten getritten nein dieser killstieler geil ich bin ich nicht ich bin nicht so gut wie neu kann ich mehr neu werden ich weiß nicht ob ich jetzt richtig laufende ja wir laufen und ich hoffe zu d da ist schon ein panzer wo bei d ne da vorne ne der ist aber kaputt habe ich keine rakete mehr ich habe keine ist nicht kaputt der ist nicht kaputt okay laufen 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 ich überlebe ich überlebe hast du überlebt ja hallo hast du money für mich nein geil ne du bist ja medic du kannst keine money haben du musst question ever und wieder runter springen 20 leben nimm das das ist das haus erstmal kaputt machen ich habe keine raketen da steht doch so ein ding wo muss ich drauf schießen oh ich schieße glaube ich erstmal den nein ich wollte jetzt das ding benutzen um den heli kaputt zu machen wäre eigentlich auch eine geile idee gewesen hätte ich nicht zweimal gedrückt gespammt so wenn wir jetzt hier sind da muss doch der heli jetzt auch hier gleich lang hallo komm mit in den fallsturm äh der ist zu spät muss den anderen nennen nein 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 wie geht denn der an wie geht denn der an diese fliehkraft will ich haben wir sind einfach schon da was ne bin ich noch nicht ja geh auf ach hinter mir oh leih oh was geht denn hier ab du bist gestorben warum bist du gestorben bin ich gestorben der teammate ist gestorben ich bin tot oh leih komm das sind halt ein medics irgendwo ahja das ist nicht alles oh ne so und da sind wir bestimmt bei level 1 die noch nix haben ich glaube ich muss auf die toilette ich bin mir nicht so sicher bist du nicht sicher ob du auf die toilette musst ja da unten fährt ein panzer rum ja wir machen mal nix machst du was oh das war ein bisschen zu spät geschossen oh er steht gerade lad doch nach du wichser oh jetzt wie sieht man denn damit an hört der dann irgendwann auf zu blinken oder oh steh 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 die rakete fliegt dem noch so ein bisserl hinterher ja macht es aber nicht wenn du von oben kommst ach ich muss immer den maustaste drücken um oh der kann gut fliegen ja ja das ist auch noch ein heli den heli würde ich auch gerne ficken ja ich hab den OP-Raketenwerfer moment ok der heli kommt er hat gerade flares gezündet kommt oh ich hab mich selbst getötet weil die auf weil die nach oben fliegen die raketen jawoll oh lol da kommt einer da ist einer ah du bist tot also ich hab mich mit den raketen selber getötet weil die wie eine javelin nach oben fliegen das ist doch nicht dein ernst ja das ist so behindert oh ich bin in irgendeinem heli gespawnt ja oh da war ein panzer wir suchen jetzt den anderen helien wo ist denn der weiß ich nicht deswegen suchen wir ihn ja der ist bestimmt abgestürzt nein irgendwo panzer da wo irgendwas schießt doch auf uns oh lol da ist einer oh lol au du bist grad voll aua ich steig aus ich bin tot oh man da bin ich ins gebäude gefallogen das war passiv fliegen auf der karte ich kann doch überhaupt nicht auf der map wieso nicht ach komm ach ich bin auf dem Sack den leichten verarsch merkst du oder äh nightron spawn VR in a lol der leuchtet grün rot kann der mal zu fahren da ist ein feindlicher panzer äh mir krabbelten arme ist am oberarmen oh nö mach ich kaputt bitte danke ja diese animation von kette die dann da war einer um der ecke da war einer um der ecke da war einer um der ecke fahr doch einfach geradeaus achso da war der fahr ja 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 der 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 das wird bestimmt gleich auf uns ficken edi wo ist er hin da hier war einer genau hier links hier er ist weg er ist vielleicht weg gelaufen ah wieso oh da ist er jetzt nochmal wo hinter uns ah ist tot da unten ist auch einer rechts von uns oh der kommt hier gerade hochgelaufen oh der legt mien der legt mien was was aber das hast du das nicht gesehen leider man ich bin so 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 rüber gesprungen aber ich habe so geleckt und dann habe ich in der sprunganimation der sprunganimation wenn ich nach hinten was alter was geht da ab naja jedenfalls in der sprunganimation bin ich dann nach hinten geht dies dann bin ich durch die halbe karte geflogen ja bei mir auch gerade sowieso wieso ich bin tot ja sie einfach alle weg snackte der panzer ist über mich rübergerollt der kriegt jetzt schon wieder auf den sack aber ich kann seitlich schießen er ist doch schon tot oder warum hast du mir nicht gesagt dass der panzer schon gut wie im arsch war ich habe gedacht der dieser typ der da stand ihr seht schon ich bin ein richtiger boss in diesem spiel das ist mir aber egal ich mach das nur zum spaß und nicht ums selbst zu kriegen naikon könntest du mal spawnen in dem heli ohne pilot da saß einfach kein pilot drin der ist gerade rausgesprungen warum springt der denn raus naja naja dass man bei e spawn ist battlefield 4 da kann man nix zu sagen meiner meinung nach die piloten einfach mal raus aus der ziel der soldat ok mr adolf also doch sicher fängt wie ich ein du ja menschen wird sich ja gar nicht stören dass kollega in battlefield headline redet ich auch nicht weil das so behindert jetzt okay ich mag die riesen diskussion anfechten jetzt machen wir ja einen jungenflicks kollega in battlefield 4 das ist jetzt unser haupt das ist jetzt der titel da ist einer ja steh mir nicht mein kill geil ich hab einfach nachgeladen ja zum glück zum glück war mein kill ja ich wollte auch mal ein kill gehen ja war cool ich habe 200er wappen bekommen für was auch immer rutschen wird nicht auch guck mal da wollte er jetzt mitfahren ja der will mitfahren nehmen wir doch nicht nehmen wir doch nicht er ist einfach schneller als wir ja ich drücke auch nicht shift lol was hat uns jetzt so abgelenkt bremst das liegt nicht an mich es ist auch geil alter sowas muss den armer geben bei 200 sachen einfach aussteigen oder 100 oder was jetzt gefahren sind 40 50 60 und zwar an sachen sind wir auch nicht gefahren wo bist du denn ja hier offen rumlaufen ist nicht gut ja ich weiß nicht wir müssen die flagge einnehmen ja ich hätte glitschen haben sie angenommen ne noch nicht ah das ist einer von uns jetzt hat mich der laser schon irritiert irritiert wir haben die kontrolle über einsatz ziel bravo wir haben die kontrolle über einsatz ziel bravo bra bravo alter bravo dr sommer dr sommer dr sommer die gibt es jetzt auf dem battlefield ja seit neuestem spielt der wow der spielt jetzt auf dem battlefield der arbeitet nicht mehr bei die bravo ne mag die karte nicht aber magst du überhaupt deine karte wir haben erst zwei gespielt wir hast schon bei der ruhe gemeckert aaa ein scharfschütze schießt auf uns glaube ich da ist ein da ist ein transporthelie raketenwerfer man hallo nice jawohl er ist abgeschmiert irgendwas schießt da noch auf uns oder oh lol von links von links oh lol ja ist da und ok das leben wir haben den verletzten schreibst du mal von hinten ja ahja grad mitbekommen er snipet mit der op sniper oh er hat die op sniper ich will die auch haben schade dass es die nur zum pickup gibt ja zum glück alter damit kannst du helikopter rund holen in bad company gab es die noch so ja damit kannst du keine helikopter zerschießen oder ja ok da war sie auch nicht so op na du konntest die piloten mit einem schuss ach wo sind wir denn jetzt hier aber du kannst die helikopter damit in die Luft jagen was ist das denn dürfen wir nicht mehr spawnen oder was doch aber du musst einfach nur spawnen ja ich bin grad in nem haus gewesen wo die alles zu war wieso bin ich eigentlich grad nicht bei dir gespawnt weil der wahrscheinlich nur da drin verschluckt meine Zunge jetzt nicht auf ich sage hey leck mich doch am marsch hier müssen irgendwo gegner sein ich sehe aber keiner da marsch ich höre nen panzer oh hinter mir war da hab ich nen fußballer da hinten drin da oh 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 ich werde nen abflug machen da war nen panzer unten da sind zwei panzer unten zwei feindliche panzer sind unten einer der andere brennt oh scheiße die klauen sich jetzt bestimmt den btr oder auch nicht baum baum du bist tot jetzt vorhin auf der einen runde mitspielen müssen ey da hab ich alles mit dem boot zerfickt ja sorry ich musste erstmal 25 gigabyte runterladen das geht bei mir nicht so schnell ja das geht aber immer noch schneller als bei mir drauf zu heulen von und dann ist dein rechner einfach über nacht an oh ja der sieht uns nicht oh der sieht uns hoffentlich schießt du nicht auf den ich hab daneben geschossen ich hab ihn nicht auf ihn geschossen oh jetzt sollte ich auf ihn schießen ich hab daneben getippt die panzerfahrer die einfach nicht auf ihre umgebung achten einfach weiterlaufen nicht auf den draufschießen er ist tot du sollst nicht auf den panzer schießen nein da ist noch ein panzer er ist kaputt das bin ich dann nicht wenn ich auf den kick fick ich bin gar nicht mal in deiner nähe ich bin viel weiter hinten achso kann ich dich eigentlich mit meinem supergeilen bunsenbrenner brennen ja da passiert nichts oh da kommt ein neuer panzer oh da kommt ein neuer panzer nein doch nein doch wo ist der hin weiß ich nicht der ist weg ich brenn sie auch immer so scheiße schnell oh lol ey der hat mit der lsat nur einen schuss gebraucht und ich war tot manchmal kurz das spiel mich an ja 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 dieses hallo das kommt einfach so elanfreudig rüber ich bin doch voller elan na du das spiel macht ganz richtig bock ja so wie immer ja jetzt du musst einfach besser spielen komm ich guck ich bring's mir bei ich bin server ich bin server bester bring's mir bei ja komm ich bin auch nur vierter platz und ich mach gar nix und ich mach gar nix wegen falls nix richtiges ja klar nimm die flaggen ein wie die wir hin hatten ja super ja das ist mein problem das aim wenn ich das um der gegner hat einfach einen mit 30 5 das ist doch nicht dann ja was muss man machen um das haus kaputt zu kriegen die vier säulen davon kaputt schießen komm mit welche sind denn die vier die da schon zwei kaputt sind äh ja die sind schon angefickt schwimmst du? ja man kann hier schwimmen? ii wie hässlich sieht das denn aus sieht ja richtig hässlich aus also nicht schwimmen aber wenn du wieder auftauchst dieses wasser das ist einfach ein weißer strich ja eine säule ist im arsch ja ok hä das sind unsere zwei achso die da und die da lebt auch noch hä? ja die geht nicht mit einem Raketenschuss kaputt ja mit zwei auch nicht ja du musst überall mal ein bisschen drauf schießen schießt direkt auf die säule ja oh kaputt jetzt haben wir nochmal zwei ich hab keine Raketen mehr das steht glaub ich hier irgendwo so in nähe nö wir werden keine Raketen mehr haben ja scheiße ne wir werden den nächsten tot machen mehr 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 und wir hören jetzt den OP-Raketenwerfer von oben obwohl das ist scheiße mit dem zu schießen let's go into the Fahrstuhl Tür das sollte helfen äh ne bräunig danke ja falls wir da angeschossen haben hinter die Tür hey deofox da geht die Tür auf hallo menschen oh lol wir haben einen mitgenommen wir haben einfach mal angehittet lol du bist gestorben ja wir haben jetzt alle waren zwei Leute hallo ja der eine war ja sofort weg und der andere der hat jetzt ja irgendwie rumgefickt der hat mich dann noch getötet ja ich spawn jetzt direkt wieder beim Haus dann hab ich wieder Raketenschuss oh leut ich bleib unten na gut dann mach du das Gebäude kaputt ich will das einfach mal machen auch wenn es total sinnlos ist wahrscheinlich na das äh dann verändert sich der Punkt C und die Fahrt sieht besser aus dann finde ich das ist schön schön staubig oh Gott ist das nervig brauchst du 20 Raketen für eine Säule hier kannst du mir kannst du mir den OP-Raketenwerfer runterschmeißen ja damit kannst du noch musst du anvisieren der cheatet doch ohne Witz gib mir einfach ein Insta-Heddy aber warte ich kann auch mit Raketenwerfer man kommen hä? ach so lol ich hab in die falsche Richtung ich gucke mal in die falsche Richtung ich gucke die hast jetzt nicht du beide gekillt oder? ja hab ich weggemacht einer ist da noch nein ich hätte grad beide spawnen können ja das ist mir nett nein 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 vorne drinnen und machen das Gebäude kaputt ja jetzt müssen wir aber bei B spawnen ja da laufen wir jetzt in B wo ist denn das? ich find das Haus oder wir fliegen mit dem Heddy wo ist denn das Haus? bitte? kannst du mich pick upen? äh wo ist denn? ja C ach da hinten warte ich pick up bitte ich ich komm noch ein bisschen in die Mitte dann das ist easier ja du kannst eigentlich direkt durchfliegen äh äh du bist zu weit oben ok guck nein ah gut nicht ins Haus jetzt hab ich nicht gesehen das Haus ah und ich in das Haus ok 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 soll ich jetzt wieder rausspringen? äh wir können einfach landen da ist einer wie geil war der Schuss bitte ich bin grad selbst stolz auf mich dann mal drauf zwiebeln wird angehettet vom Wasser aus ok 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 ein eine weitere Sohle ist kaputt wo 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 hittet der ja kommt der angeschwommen kommen zwei angeschwommen einen hab ich das sind drei oh lol der hittet ja bleib bleib am Leben der hat nicht nein Scharfschütze von links fuck you bitch fuck you mörder fuck bitch boah wir können auch das hier machen was denn kann ich kann doch nicht bei dir spawnen jetzt weh treten weh treten weh treten hä? ich konnte nicht bei dir spawnen jetzt muss ich laufen alter naja ok zieh es ja direkt neben und ich höll dich mit dem jet ski ab mit dem jet ski ja da ist aber ne oh lol das mensch ja leg dich einfach hin ok ich bin sowieso tot komm jetzt hier her dann machen wir jetzt hier da geht die scheiß karte noch ich werde das haus heute noch zusammen fallen sehen ja die das geht locker noch ne stunde oder so was ich wollte jetzt nicht durchgehend aufnehmen so viel festbleiben im sprecher hab ich nicht oh wo bin ich denn gespawnt cool guck mal ein LKW du hast doch bei mir spawnen ja ging nicht ja weißt du warte ich mach das jetzt nämlich alleine kaputt nein wo ist sie wo ist sie komm her ich laufe ich laufe der hat die letzte solle sich christ di 90 ich sehe es nicht ich sehe es nicht ich sehe es nicht oder kocht es ein oh 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 näin ich habe von enden begleitet Ohh greed Mears Tanner Da kommt es runter Oh nein Ich bin tot aber ich habe so umfallen sehen ey wie hässlich ist das denn ja warum nicht Er zieht nicht mal annähernd irgendwelche Leistungen oder so. Hä, und jetzt ist es bloß noch ein Trümmerhaufen? Ja. Cool. Äh, warum stürzen wir so ab? Wir stürzen mich ab. Ja toll, jetzt hab ich den Fall schon geöffnet. Er springt in dein Haus. Warte, du kannst mir in der Luft pick up'n. Ja, dann stürzt du wahrscheinlich vom Rotor oder so. Oh, oh. Kaputt. Ja, er lebt noch. Naikon! Hä, Leute, ich konnte durchgehen. Da stehen Leute im Haus. Wo? Oh, das bist du. Los geht's. Don't touch my... Denk der Deng. Oh, lol. Lol. Er fetzt mich einfach voll mit der Rakete weg. Wow, 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 wow. Das ist einer von mir. Wow, 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 wow. Ist das normal, dass jetzt die ganze... Nein, 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 nein. Ist das jetzt normal, dass jetzt die ganze Karte so nebelig ist? Ja. Okay. So, der kriegt das mal wieder Panzer. So, die Karte ist jetzt so nebelig, deswegen kommt jetzt hier die Aufnahmeende. Ich hab's, hat euch gefallen. Oh, da ist einer. Ist der Best-Aufnahme-Ender ever. Panzer down. Ich sag' bis to the next time on Battlefield 4 noch ne Woche lang. Dann war's das wieder. Ciao. Ciao.